Die Teilnehmer, die wir haben, sind in der Regel, sind ja... Was zum Beispiel? Jani Pugne Schwarzenegger zum Beispiel Anni, Conan Sylvester Stallone Sylvester Stallone ist der Beispiel Sylvester Stallone Der Standard Eines der unabhängigsten Festivals Österreich Sportgummi Sportgummi, Sportgummi Sportgummi, Eggman und Kanten In Wahrheit Einer der größten Festival Sponsor Österreichs Sylvester Stallone Fruchtgummi Produzent Schau, wenn Sie wirklich beim Videobrick mitmachen Wenn das wirklich währenddessen um dieses Festival herum 5-6 Tage die Chance gibt Über dieses Videobrick uns zu pushen Ja, da eben was rein, eh Da brauchen wir gar nicht reden Dann passiert ein Effekt, den die anderen ja gar nicht kriegen Richtig, ja Und es geht auch noch Ja, schau Wenn das Medium 5-6 Tage während dem Festival dieses Medium auf einmal uns pushen Wenn sich dieses Festival auf einmal uns pushen Dann hast du recht Dann machen wir nicht links Dann machen wir ganz oberen Österreich Eben, und das ist genau der Punkt Schau, schau Wenn Sie Sobald Sie beim Jaß dabei ist Sobald das der Fall ist Müssen wir ganz offen sein Dann müssen wir zusammen hocken Müssen sagen, so Da gibt es bei uns im Videobrick Zack, Zack, Zack 3-4 Leute Die müssen geburscht werden 3-4 Leute Die müssen nur zugeholt werden Hinzu, ja, aber ja Genau, das ist gut Und wir holen gleich noch einmal 5 Leute rein, die wir aufbauen Und das ist der Deal Wer das Ja sagt, ist der bestimmende Faktor am Festivalmarkt Und wenn du darüber hinaus noch einen Workshop machen kannst Bestimmst du alles Honorje Du Das Erste in einem Festival miteinander Was ich dazu sagen kann ist Weg Khan kriegt keine Firmen mehr Genau So Und dann haben wir ein riesen Volumen an Veränderungen Wenn da eine Qualität da ist Und ein qualitativer Anbieter da ist Dann bin ich der Erste, der sagt Dann sag ich ihr Dann soll es Ihnen bestimmen, wie viel Khan produzieren Weil alle Filme, die ihr jetzt krank kriegt Kriegen dann wir